Wir sind heute in Haltern am See in Westfalen, denn hier haben die alten Römer ihre Spuren hinterlassen. Das ist ein Trinkbecher gewesen. Wer war zu dem Punkt eigentlich gerade Kaiser? Ja, das ist der Nachfolger von Cäsar, nämlich hier Augustus. Man sieht ja auch hier ist noch Knochen genau. Und mich würde interessieren, ob mehr darin ist. Vor über 2000 Jahren wuchs das Römische Reich nämlich nicht nur am Mittelmeer und in Gallien, sondern auch hier im Norden in Germanien. Und dabei entstanden auch solche Militäranlagen wie hier. Wie wurde sich hier verteidigt? Wie ist das abgelaufen? Das ist ein Ullwehr. Aber wie wurde so eine Wehranlage eigentlich gebaut und wie haben Legionäre gelebt? Und wäre ich ein guter Legionär gewesen? Dem gehen wir heute nach. Wir sind eine Rehenexment-Truppe, um das Leben der Legionäre darzustellen. Richtig spannend. Welche Voraussetzungen musste man denn erfüllen als Legionär? Was? Auf die Einladung. Arati! Die Güte! Wenn man weh ist. Ist schon anstrengend. Die Rehenexment! Die Rehenexment. Die Rehenexment! Die Rehenexment. Das ist eine Einladung. Vielen Dank.